Das ist ja auch so, aber das ist ja auch so, genau. Morning! Morning! Danke! Unsere Elfe! Ein herzliches Willkommen bei uns in der Fußgängerzone. Und ich wurde vorhin darauf aufmerksam gemacht, wann denn dieses Teil hier eingelegt worden ist. Und es ist genau vor sechs Jahren passiert, am 7.05.2016. Also das heißt auch ein denkwürdiger Tag und deshalb ist dies genau die richtige Stelle, wo wir unsere Mini-Europäate starten wollen. Und ich freue mich zunächst einmal, dass wir natürlich die Gäste aus, ich versuche es immer alphabetisch zu machen, aus Bytho, Polen hier haben. Dass wir Frankenberg-Sachsen da haben mit Peter Pönisch an der Spitze und dass wir Seekirchen mit dabei haben. Und Bruch und Benningdreh ist immer hinzugeschaltet, auch nachher bei dem Partnerschaftsausschuss, wie auch gestern Abend. Wir haben natürlich auch, und das freut mich ganz besonders als Präsident des Deutschen und Internationalen Komitees, dass wir Gruppen dabei haben, die hier auftreten wollen, dass wir mal wieder Trachten in die Fußgängerzone bekommen. Und gleich werden unsere polnischen Freunde hier an dieser Stelle starten. Eire Stenz stehen schon dort, da haben wir gestern Abend schon auf dem Burgberg etwas getanzt. Auch ich habe im Dunkeln mitgetanzt, so viel darf ich dazu sagen. Es fiel also nicht auf, dass ich bei euch dabei war, glaube ich. Ihr habt nicht gut geführt, das ist alles in Ordnung. Also das heißt, wir haben endlich mal wieder das Leben, was wir Menschen doch brauchen nach zwei Jahren Pandemie. Das will ich sagen. Aber ich möchte natürlich auch ein paar kritische Worte verlieren dazu. Man kann ja auch sagen, Bürgermeister hast einen Vogel. Ich sage nein. Ich lasse mir aber diese Kritik auch gerne zukommen, wer diese Meinung hat. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir nach zwei Jahren Pandemie und trotz des Krieges in der Ukraine eine solche Veranstaltung durchführen dürfen und durchführen müssen. Denn es geht um unser Europa. Und das ist mir ganz wichtig. Und der Russe in Europa... Und der Russe führt in Europa einen völkerrechtswidrigen Krieg. Und das wollen wir, glaube ich, alle auch heute gedenken. Wir sind ja in Gedanken dabei. Wir sind auch bei den Menschen in der Ukraine. Aber wir wollen denen auch zeigen, dass das, was die verteidigen dort, das sind nämlich die Werte, die die Europäische Union ausmachen. Das sind die Werte der Sicherheit, der Freiheit, der Freizügigkeit. All das wollen wir doch tun. Und natürlich auch ein Halten von Recht und Gesetz. Und das machen wir mit der Europäate. Das machen wir mit der Mini-Europäate. Das machen wir hier in der Fußgängerzone. Deshalb freue ich mich heute Morgen, dass André Kreis, der Vorsitzende des Kaufmännischen Vereins, auch mit dabei ist. Und dass wir heute Morgen gemeinsam starten wollen. Auch Leben muss doch wieder in die Öffentlichkeit kommen. Und ich will eine gewisse Betroffenheit auch in einer Sache noch zum Ausdruck bringen, meine Damen und Herren. Wenn wir an den 9.5. denken, dann werden wir medial im Augenblick immer nur davon beseelt, es finden Militärparaden in Russland statt. Warum bringen die Medien nicht einmal, und das sage ich so ganz deutlich, obwohl wir zwei Medienvertreter hier haben, dass der 9.5. der Tag Europas ist. Der Tag Europas, unser friedliches Europa, das ist am 9.5. diesen Jahres. Deshalb hat die Stadt Frankenberg diese Woche, Europawoche, und wir wollen das auch bis zum 9.5. begehen. Wir hatten Veranstaltungen im Rathaus, wir haben Veranstaltungen mit den Partnerschaftsvereinen. Wir wollen entsprechend auch heute und morgen, der liebe Gott wird uns hoffentlich holz sein, heute Nachmittag zumindestens, wenn das Wetter einigermaßen vernünftig bleibt, davon gehe ich einmal aus. Ich hoffe es zumindestens. Und heute Abend, da soll es wieder trocken sein, da wollen wir uns dann alle vorne treffen beim Kloster. Die Live-Treffs, zwei Jahre haben wir sie nicht stattfinden lassen. Dieses Jahr sollen sie auch wieder stattfinden. Und zum Vorüben, meine Damen und Herren, ab 19 Uhr vorne vom Kloster die Stadtkapelle spielt. Und ich glaube, unsere Freunde aus Polen spielen dann auch nochmal. Also das heißt, es wird ein schöner Abend werden. Davon gehe ich aus und da soll es wieder trocken sein. Und morgen sehen wir uns alle wieder hier. André, ab 13 Uhr? Wir sind ab 12 Uhr. Ab 12 Uhr sind die Kaufleute schon da. Ich bin auch ab 12 Uhr in der Fußgängerzone, verspreche ich. Aber ich freue mich einfach drauf, dass wir wieder Leben bekommen nach der Pandemie und trotz des Krieges in der Ukraine mit all den Gräueltaten. Ich freue mich drauf, mit den Kaufleuten gemeinsam unsere Stadt zu entwickeln, André. Alles Gute und bitte bleibt mir gesund und munter. Und es verletzt sich keiner. Dankeschön. Zeitlich zu sehr in Verzug kommen ein paar Worte von mir. Herzlich willkommen, lieber Rüdiger. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Ich möchte Sie einzeln gar nicht benennen. Aus so vielen unterschiedlichen Orten. Hier in Frankenberg-Eder. Frankenberg-Eder. Ich weiß nicht, wie spät es gestern geworden ist zur Orientierung. Der KVF, also der Kaufmannische Verein in Frankenberg, heißt sie hier willkommen. Kaufmannische Verein bedeutet der Zusammenschluss in Frankenberg von Gastronomie, Handel und der Dienstleister. Wir haben lange nicht so arbeiten dürfen, wie wir hätten gerne arbeiten wollen. Wir konnten nicht unseren Job machen und sind umso glücklicher, dass wir heute wieder zusammenkommen können und auch solche Highlights wie heute begehen können. Auch eine kleine Tradition, das Maistadtfest zu eröffnen mit dem Gläschen Sekt, ist Jahre runtergegangen und das Ganze wollen wir heute in dem Rahmen gerne wieder aufleben lassen und nachholen. Ja, wir wünschen Ihnen hier in Frankenberg schöne Stunden. Genießen Sie die Zeit. Auch Sie haben sicherlich Entbehrungen gehabt. Genießen Sie Frankenberg. Herzlich willkommen. Empfehlen Sie uns weiter. Haben Sie schöne Stunden und lassen Sie zusammen anstoßen mit einem Gläschen Sekt. Vielen Dank. Musik 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 A kto nie wie gdzie co lezi Kęgle białe łby to babieżę Tam na rynku Tą mnie nogu Komu kaszy Nogo pęk Kaszy w sile zora Kaszy w sile 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 Pala Muzyka Musik Ahahahahaha, Już jem z konian jazze, Sonoma i riada, Już nie zechzerają, Ahahahahaha. Rają tam, nie rają, Ahahahahaha, Lubiły ludzi bez zakupają, Ahahahahaha, Cztery prasadzi, Elma i riada, I popioł becz, Ahahahahaha. Cztery prasadzi, Elma i riada, I popioł becz, Ahahahahaha. Ale nie jem głupi, Ahahahahaha, W zon co da ci wiano, Ahahahahaha, Wezma sobie dziewczo, Rumbaj liada, Ruch na malowano, Ahahahahaha. Wezma sobie dziewczo, Rumbaj liada, Ruch na malowano, Ahahahahaha. Rają tam, nie rają, Ahahahahaha, Tata jeżdo tygłe, Rumbaj liada, Ruch na malowano, Ruch na malowano, Ahahahahaha. Buzzi, Rauwam, Pala. Daj, Pala. Ir, Tata jeżdża, Pala. Dziewczo, Buzzi, Pala. Człowiec, Z to dole na dole, na trúcci z bumie, na trúcci z bumie, na trúcci z bumie. Leba, 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 płyc jamszu dumie, płyc jamszu dumie, płyc do mnie. Frej jeden, hej lej. Ej, hej lej, hej lej. I przewiozu jąsa i kaci wroki dwie śledów jedze, pyksa jedze, kabaćka zastranisty, mı haszi ihanan They are all ready to be. Gäste, Gäste! Musik Dasánt das Schöpfe me gonna Ciché, das ist so gut, was der Trauride gelten, das ist so gut, was der Trauride gelten, und ich bin mein Herz mit Nice, was der Trauride gelten, das ist so gut, was der Trauride gelten, da das Erste, der Trauride gelten, und es ist so gut, was der Trauride gelten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 im Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020